Das ist also das Laptop-Haustechnik-Programm von VestaFlex. Nun, ich habe schon eine Menge davon gehört, aber mal schauen, was das Programm wirklich kann. Als allererstes öffne ich ein neues Projekt. Ich gebe die Daten meines Kunden, danach die meiner Firma ein. So kann im Datenwirrwarr Ordnung gehalten werden. Wenn ich mich weiter durch die Menüreiter durchklicke, komme ich zu dem Punkt Gebäudedaten. Hier kann ich genau festlegen, um welchen Raumtyp es sich handelt, in welcher Lage er liegt und welche Eigenschaften der Raum sonst noch mit sich bringt. Auch wie viele Menschen sich hinterher im Raum aufhalten, spielt eine Rolle. Im weiteren Punkt Anlagedaten werden generelle Informationen festgehalten. Zum Beispiel, wo die Anlage stehen wird und nach welcher Bauart die Leitungen der Anlage später verbaut werden sollen. Im Bereich Raumdaten werden sie nun konkreter und beschreiben in einfacher Weise, welche Räume im System integriert werden sollen. Auch in den Bereichen Raumvolumen, Außenluftströme, Druckverlustberechnung und Akustikberechnung werden meine bisher eingetragenen Daten in Zusammenhang miteinander gebracht. Aus diesen Daten ergibt sich dann die empfohlene Geräteselektion. Ich bekomme allmählich einen Überblick über das zukünftige WRC-System und das, obwohl ich noch unmittelbar beim Bauherrn im Haus stehe. Am Ende lasse ich vom System ein Angebot mit Massenauszug und Verlegungsplan erstellen. Das Programm ist extrem einfach gestaltet. Durch einfache Kennzeichnung von Begrifflichkeiten einzelner Stellschrauben war es mir möglich, ohne viel Aufwand ein WRC-System durchkalkulieren zu lassen. So habe ich einen besseren Überblick über das Produkt, die Eigenschaften und den Preis. Und der Bauherr hat mehr Transparenz als je zuvor. WAC2 von VestaFlex Jetzt auch für Android-Tablet-PCs und Smartphones erhältlich. Produkt- und Update-Infos unter facebook.com. slash VestaFlex